Hallihallo ihr Lieben, ja, ihr fragtet mich, wie soll man heute noch eine ernsthafte Beziehung führen können, wenn es kaum noch wer ernst meint. Puh, da fragt ja echt die Falsche. Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Leider. Denn es stimmt, geredet wird so viel, sich eine Zeit lang Gute präsentiert und es klingt ja auch immer echt alles gut. Aber meist ist es inzwischen heutzutage so, dass einer die Wahrheit erzählt, wie er so ist, was er sich so wünscht und der andere ein gut verkauftes Märchen. Es kommen verschiedene Aussagen, unter anderem zu gemeinsamen Zukunftswünschen, Zukunftsideen und vieles mehr. Ich greife mir mal eine Aussage als Beispiel raus und zwar, ja, es wird auch gesagt, wenn du krank bist, ich werde dich so betütteln, dich hegen, pflegen, damit ich ganz lange was von dir habe, mich bekommst du nicht mehr los und so weiter. Dabei wird bereits kurze Zeit darauf deine Gesundheit gar nicht mal mehr ernst genommen. Umso süßer finde ich es, dass es doch auch noch andere Menschen gibt. Als Beispiel ein Kumpel von mir, ja, der ist optisch, schaut er aus wie ein Bär und man denkt, er ist echt ein vollharter Typ. Aber er hat ein Herz aus Gold und ist echt sensibel. Er lernte nun eine echt tolle Frau kennen, was mich für ihn auch sehr, sehr freut. Ja, doch kurze Zeit danach wurde sie wirklich schwer erkrankt. Egal, er steht zu ihr, er rannte nicht weg, im Gegenteil. Ja, wenn beide Menschen sich wirklich lieben, dann kann nichts und niemand dazwischen kommen und es wird immer Wege für alles geben. Andernfalls ist es keine wirkliche Liebe und das Ego, die Angst, falsche Freunde und so weiter, all das wird problemlos siegen können. Ist die Liebe, die somit automatisch mit Respekt, in Demut, Glaube, Hoffnung, Zuversicht besteht, einseitig, kann auch hier in dem Fall keine gemeinsame Zukunft entstehen. Denn es heißt ja gemeinsame Zukunft. Wisst ihr, ich träume seit Tagen den selben Traum. Oh ja, das ist echt komisch. Und winkte den deswegen auch mal sehr belächelnd ab. Naja, und heute nach der Castingrolle, Zwecksverlust der Freundin und so weiter, kamen halt nochmal sehr, sehr viele Gedanken. Also ich hätte echt nie gedacht, dass ich das wirklich mal will, beziehungsweise verneinte es bisher immer. Aber ja, ich konnte es mir Tatsache dann vorstellen. Nun wurde es zum Traum und ich träumte Gaia wirklich davon. Ja, die entsprechend für mich richtige und ich für sie bestimmte Person wird dann schon wissen, von was der Traum handelt und auch wo er sich abspielt. Träume werden wahr, wenn wir daran glauben und an unseren Traumrealisierungen arbeiten. Ja, und somit ihr Lieben, verzagt nicht, gebt die Hoffnung, den Glauben nicht auf. Denn es gibt immer und überall auch echte, aufrichtige Menschen, auch wenn sie echt nicht leicht zu finden, ja, zu sein mögen. Aber vertraut einfach fest darauf, dass ihr diesen Menschen kennenlernt und somit wirklich glücklich werdet. Ja, für die Liebe, für den Herzensmenschen macht man echt viel und das total gern. Also ohne an Bedingungen geknüpft. Selbst so skurrile Sachen, dass man den Augen anderer sich schon echt zum Obst macht. Aber hey, das ist vollkommen egal. Macht euch beide zum Obst und genießt einfach euren gemischten Obstsalat zusammen. So, dabei belasse ich es. Ich wünsche euch was. Alles Liebe und Gute, eure Schensui. Bis zum nächsten Mal.